So, und willkommen zurück zu Let's Play Heroes of the Storm Folge 128 und zwar Specialist Time. Ein Specialist. Specialist Abateur. Hm, ich bin mal wieder Morki. Mal wieder Lust auf Murky. 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 Time for Murky. Sehr, sehr starker Held. Gucken wir mal, wie das so wird. Wie viele Spiele muss ich eigentlich noch gewinnen? Vier. Okay. Ne, absolviere viele Spiele noch. Egal. E-E-Ga-Al. So, los geht's. Abateur. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Gas und Diablo. Morales, Keter, Skara, Sim. Wir haben nicht so ein tolles Team. Die haben eigentlich ein ganz normales Standard-Team. Wir haben leider wieder Abs- Naja, was heißt? Wieder. Wir haben auf jeden Fall kein gutes Team. Ja, was werde ich mit Morki denn hier gut anrichten können? Morki finde ich an der, auf der Map, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße. Ich finde den nicht gut. Vielleicht mache ich einen Split, ähm, dass ich immer schön switche zwischen den einzelnen Lanes und sie dadurch auf- selber aufsplitten. Äh, aufsplitten müssen sie ja so oder so. Aber damit sie nicht an einen und derselben Stelle ständig hocken und vielleicht, äh, mir nachkommen. Gucken wir mal, ich bin Morki! Ende der Woche, am Sonntag. Specialist-Time. Ja, ähm, es wird schwierig. Es wird echt schwierig. Ja, dann werde ich, glaube ich, werde ich auf Blocken spielen. Ich spiele auf Blocken, wenn ich wenigstens eine kleinere Chance habe. Oh nein. Moment mal. So, jetzt. Hier ist immer eine gute Chance, um wegen dem Camp Vision zu haben. Hier hätte ich natürlich auch machen können, aber es hat mich dann auch relativ schnell verraten. Fuck, ey. Echt schwierig. Meine Fresse, wie soll ich denn hier gut farmen? Fuck, oder? Das Spiel. Ja, da fängt schon mal an. Also es ist halt die Sache, wenn du halt oben keine Hilfe hast. Ah, ein bisschen Damage. Ich werde mal die Chance nutzen, um schön Öl zu pushen. Irgendwie reagiert er gerade ein bisschen spät. Ich gehe mal mit rein. Das Spiel kann ich da jetzt eh nicht machen. Na gut, ich fange mal weiter. Hätte ich früher machen müssen. Mein Fail gerade. Sieh ich wenigstens auch mal den visuellen Effekt, der neu ist. Kannst du dich schon das angreifen, was auch die Clips angreifen? Ich gehe mal in die Idee. Okay. 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 So, auf die Creeps warten. Die verschaffen mir zumindest mal Zeit. Da kommt Gazel. Es ist Zeit für mich, die andere Seite jetzt mal zu pushen. Okay. Okay. Die Feinde können nicht vor euch bestehen. Meine Golems, Erwachung zu neuem Leben. Ja, so gut ist es jetzt nicht gelaufen. Morales. Das ist gut, dass Morales sich nicht heilen kann selbst. Das ist gut. Jetzt muss ich weg. So, was werde ich spielen? Ich werde glaube ich... Mal gucken... Marsch der Murlochs. Das sehe ich hier nur als einzige Alternative. Ich werde das Camp holen uns einlegen. Meine Golems sind gefallen. Einerlei. Hier herrscht ja kein Mangel an Schädeln. Ja, ihr müsst da euch schon rein stellen. Ich werde mal runter gehen. Ein bisschen farmen. Ich geh ab. Oder ich geh ab. Ich geh ab. Doch. Ich geh ab. Einmal über die Kur pretty. Über die Kurve. Ich geh ab. So, ich geh mal hoch und da wieder fahren, ne? Ah, da ist Gasloch Da haben wir tatsächlich kaputt gemacht, wie Sau Oh, komm, wie Sau Oh, komm Ha, ha Es kommt der gute Abatour um mir zu helfen Aber wir konnten sie dadurch gut ablenken, dass sie sich jetzt auch auf mich konzentrieren müssen, ist halt nicht so schön für die Nein! Schade! Ah, ich hab immer so riskant gespielt Guck mal, wie viel hab ich denn jetzt schon gefarmt? 11k Schon sehr deutlich Wir kommen in 5 Sekunden wieder, vielleicht schaffe ich das Camp hier schon Wenn ich das ehrlich gesagt nicht glaube Ne, da ist Keltas Meine Golems kehren zurück Na gut, dann werde ich mal weiter farmen gehen In der Top-Lane Okay 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 So So So, 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 so So, 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 so Oh man, wie ist er ja, du, ey What the fuck, man? Ha, das ist schon sehr deemlich So, das ist auch geschafft Unten in die Lane, in der Lane farmen gehen Ja, das haben wir doch einigermaßen wieder im Griff, obwohl es am Anfang gar nicht mal so gut aussah Oh, jetzt kommen sie Nein Nein Nein, 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 nein Haha, schade Hm, 16k gefahren Hm Ja, möglich, dass der aufgab ist Möglicherweise ist der aufgab Die Minen werden sich bald öffnen Da stehen sie alle Die gehen nach oben, oder? Ne, nach unten Am nächsten Mal So, ich werde die untere Lane farmen gehen Die haben halt noch gar nichts down, das ist gut für uns, da kann ich mich jetzt erstmal damit beschäftigen In aller Ruhe Hier unten zur Farbe mit Arbatur zusammen Den Gazzle oben versucht irgendwas zu reißen Was war denn das gerade, was da angeflogen kam? Was war denn das gerade, was da angeflogen kam? Was war denn das gerade, was da angeflogen kam? Was war denn das gerade, was da angeflogen kam? Gucken wir mal das Mid-Camp Müsste jetzt auch inzwischen gehen Oh Oh Die Festung eures Gegners fällt. Sprengt die Fesseln und zerstört eure Feinde. Sprengt die Fesseln und zerstört eure Feinde. Ein Riesenleck, gerade wo wir am Gewinn sind. Na toll! Na gut, dann werde ich mal einen kurzen Cut machen. Vielleicht sehen wir noch was von dem Spiel. Ich hoffe es mal. Also, bis gleich. Bin ich wieder. Hat Ewigkeiten gedauert, in diesem Spiel wieder zurückzukommen. Aber, ähm, spiele jetzt einfach mal wieder. Bin gerade wieder zurückgekommen. Drei Minuten habe ich verloren. So, wieder dasselbe Spiel wie immer. Die Taktik funktioniert hier nach wie vor. Immer schön hin und zurück latschen. Ui, schade. Euer Blutrausch wurde beendet. Gut, dass ich mein, äh... Oh, jetzt kriege ich wenigstens Heilung. Ordentlich. Ordentlich bin ich jetzt nicht in meiner Blase zu verkriechen. Hier, macht doch schon. Ich werde mal nach hinten gehen, ich werde mal nach oben weiter pushen. Oder ich hole mir das Camp, das wäre auch eine Idee. Allerdings sind die immer ein bisschen schwieriger als die anderen. Ah, ich glaube, das haben wir auch so gewonnen. Dann gehe ich mal pushen. Immer schon ein bisschen ärgern. Haha. Ah, okay. Er hat doch noch einen Sieg rausgerollt. Ich mag Murky, aber ich spiele ihn leider... Ich habe ihn bis jetzt noch nicht in der Heldenjäger gespielt, weil er daheim in der Situation so... Äh, nicht Murky, nicht Murky, nicht Murky, nicht Murky spielen. Äh, aber manchmal ist er doch ganz gut. 31k gemacht, 25k gefarmt. Das ist schon richtig gut. 30k ist immer das, was ich mir eigentlich vorschreibe mit Murky. 30k ist schon extremst gut. Also, da konnten sie nicht viel entgegensetzen. Ich habe immer die Zeit schon genutzt, wenn sie da unten waren. Das hat gut funktioniert. Kleines bisschen negativ ist natürlich, dass ich da diese drei Minuten verpasst habe, weil meine Internetverbindung abgeschmiert ist. Keine Ahnung, was da los war. Oder das Spiel hat da mir die Internetverbindung geklaut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nice Spiel. Schönes Match. Nice Match heißt es ja nicht nice Spiel. Ähm, dieses alberne Denglish. Das war's. Schreibt mir nach wie vor in den Kommentaren, was ich spielen soll. Ich werde, glaube ich, diese Situation mit Tank, Heal spielen einmal. Dann ein Random Heal und dann eine Specialist und eine Assassine werde ich, glaube ich, beibehalten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Soll ich das lassen oder soll ich doch lieber andere Sachen mal spielen? Keine Ahnung. Einfach in die Kommentare schreiben. Immer schön reinschreiben, was soll ich spielen. Rein damit. So, ich verabschiede mich und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also, bis dahin. Ciao.